Willkommen zurück zu God of War 3. Ja, hier haben wir es jetzt mal aufgehört und sollen jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht recht täusche, achso, ja gut, ich hätte das Ding mal vorher da raufschieben sollen. Ich glaube, wir müssen jetzt das hier reinschmeißen, damit das... ...damit das, ähm, also heißer wird. Oh nein, die machen doch jetzt den... die machen das tatsächlich kaputt. Ah, wir haben da... da kommen immer mehr von denen Zeug. ...verflixt und zugenäht. So, okay, probieren wir nochmal. Da gibt's noch mehr von den Dingern. So, das brauchen wir. Hier brauchen wir das. Ah, ich hätte zerlatschen sollen. Die Blöde. Kommen da jetzt wieder Feinde? Ja. Okay. Okay. Oh, hier ab. Hast du davon. Blöde. So, das müssen wir jetzt hier reinschmeißen. Damit das... ...hier mehr brutzelt. Genau. Äh... ...ja, hallo? Achso. Okay. Ich hab so wieder das Gefühl, dass da irgendwo noch was war. Was ich jetzt nicht, äh... ...ja, hier die Tür zum Beispiel. Was ist denn hier hinter. Boah, ja, 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 ja. Lasst mich in Ruhe. Ihr Hände. Gut, dann erst du. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle Hände hier ab... ...könnt ihr jetzt hier noch ein paar... ...immerhin Orbs, ne? Wenn's nur ein paar sind. Lasst mich durch hier. Ja, aber mehr gab's da jetzt eh nicht. Was ist denn mit der Tür da eigentlich? Also mit der anderen Tür? Ah, die krieg ich glaube ich nicht mehr, ne? Also hier war doch noch eine Tür. Warte mal. Also hier. Die hier. Die hier. Hm, na gut. Oder vielleicht kommen wir da nochmal hin. Könnt ja auch sein. Oh ja. Ach. Doch nicht hier auf die Kisten. Oh, die nehm ich mal mit hier. Bisschen Leben und bissl Magie fehlt, ja. Hm, der Fußbun sieht hier aber frisch gewischt aus. Richtig ordentlich. Oh, ups. Ach, ich erinnere mich. Hier, die drei. Ja, ja. Die werden nach und nach wach. Die Tiefen des Tartarus. Hm. Okay. Er wird jetzt wach. Okay. Er auch. Alle drei. Kommt mal her. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Oh. Ist das jetzt der Dritte? Kommt mal her. Komm her. So. Was wollt ihr denn? Ich hatte das ein bisschen anders in Erinnerung mit denen hier, mit den Hammern. Nicht, dass die jetzt hier gleich alle kommen. Na gut, vielleicht war es auch wieder ein anderer Teil gewesen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war ein anderer Teil, was ich meinte. Da waren auch irgendwie drei, aber da kam immer nur jeder einzeln. Moment. Hab ich da. Hab ich da von oben gesehen? Hab ich da von oben gesehen. teuer bezahlt. Beruhige dich, Schmiedegott. Geist Sparzos? Du bist es. Sieh mal an. Ich dachte, Zeus hätte dich längst umgebracht. Ich habe gedacht, du wirst längst dieser Höhle entflohen. Zeus hat mich zwar eingesperrt, doch wegen dir muss ich in Qualen leben. Ich habe dir nichts getan, ich verfolge nur einen Olympia. Na, solange es nur ein Olympia ist. Ich suche das Feuer des Olymps. Weißt du etwas davon? Was willst du damit, Sparthane? Das ist allein meine Sache. Sag schon, kennst du das Feuer? Alle wahren Kinder des Olymps kennen es. Wir alle respektieren seine Macht. Doch sein verlockendes Glühen ist trügerisch. Weder Mensch noch Gott kann die tödliche Flamme berühren. Ich will es nur finden. Falls du einen Weg aus der Unterwelt findest, findest du sicherlich auch den Weg zum Feuer des Olymps. Du hast mir sehr geholfen, Mephaistos. Ja, Mephaistos. Von dem kriegen wir später noch eine Waffe. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, was hat der Hebel hier nochmal gemacht? Ach, der öffnet unten das Tor. Okay. Speichern brauchen wir jetzt noch nicht. Was war hier drüben noch? Ich glaube, hier kamen wir auch noch nicht hin. Aber hier hinten ist, glaube ich, eine Kiste. Yay! Und wir kriegen mehr Leben dazu. Ja, immerhin. Einmal frei. So, hier können wir, glaube ich, aber nicht jetzt öffnen, ne? Ne. Okay. Aber da werden wir noch hinkommen. Keine Sorge. Und er wird uns auch noch, ähm, ein paar Waffen machen. So, da kam ich jetzt auch noch nicht hin. Geht's also? Ja, wir sollten vielleicht doch, äh, einmal abspeichern. Ich weiß nämlich nicht, wann ich hier dann nochmal herkomme. So. Einfach überschreiben. Tut ja keinen weh. Ja, mach das ordentlich. Holen uns später dann die Waffe ab. So. Ach, hier sind schon wieder Sonne mit. Ja, dann ist das doch das. Die wären aber erst nach und nach wach, glaube ich. So, jetzt, äh, so vier sind das, ne, eins, zwei, drei, ja, vier sind das sogar. Ich wollte es eigentlich so drehen. Okay, man, man kann's bloß, man kann's bloß so rumdrehen. Wollte grad sagen, das müsste doch da einrasten eigentlich. Ach, Zeberus-Hunde. Ja, blöd. Ich hasse Hunde. Bist du noch ein Überlebender? Gibt's doch gar nicht. So. Können wir gleich mal gucken, ob wir schon die Klinge schon ein weiteres Mal aufrüsten können. Sieht nämlich ganz danach aus. Ah, nee. Der braucht ja jetzt nochmal 3200 knapp. So, hier war nichts weiter, außer die ganzen Hunde und, na gut, immerhin. Ich dachte, hier wär mehr gewesen. Okay, dann drehen wir mal weiter. Nee, 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 nee. So lang. So. Ich glaub, die wachen erst auf, wenn wir zurückkommen. Irgendwie so war das. So, bräuchten wir was? Magie. 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 Ich fürchte dich nicht. Gut, dass du keine Angst hast, Kind. Angst ist eine große Bürde. Ich bin kein Kind, Kratos. Ganz egal, was du nun bist. Ich habe etwas zu erledigen. Kratos, bitte. Du musst mich befreien. Die Suche nach Freiheit ist auch eine große Bürde. Ich kann mir nicht helfen. Klinge des Olyms. Die Klinge des Olyms ist wieder in meinem Besuch. Lass Spartas Rage deine Klinge stärken. Oh ja. Ja, die kann man aber nur nutzen, wenn sich das gefühlt hat. Quasi. Ach, jetzt sollen wir da hin. Okay. Okay, dann wären wir ja doch da hingekommen nochmal. Also hier wieder runter. Komm, geht mir aus dem Weg. Ach, mit Bogenschießen hier, ja? So macht er das. Oh, die zerreißt da mal gleich in die Luft. Dich, ja, jetzt können wir dich nehmen. Es fehlt sogar ein bisschen Leben. So, mein Freund. So. Ach, wie süß. Zwei von euch gleich. Okay. Genau. Ah ja, die muss man, glaube ich, zweimal, dreimal. So, und jetzt hat er bloß noch einen Kopf. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt noch mit dem reiten? Nee, ich glaube nicht. Das war's mit dem. Ja, aber glaubt mir, das sieht ja zwar einfach aus, aber auf schwer ist das übel schwer. Also ist es schwer. Ich glaube, selbst auch normal, wenn man normal spielt, ist das schon schwer. Ich kann verstehen, warum Zeus von dir angetan war, Kratos. Komm doch. Du bist ein fähiger Krieger. Komm doch her. Weil die Riesentür, ey, die muss ja übelst schwer sein. So, haben wir irgendwas? Ich glaube mal. Ja. So, trotzdem brauche ich Magie. Weil das, was wir mit Magie machen können, das ist schon... Könnt ihr euch wieder durchlesen. So. So. Alles klar. So. Weiter hier. Willkommen, Schwartaner. Komm rein. Mach es dir bequem. Dieses Mal bleibst du für immer. Ach, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, was wir hier machen müssen. Schauen wir mal hier kurz. Erstmal ein bisschen umschauen. Ah, ja, ja, ja. Hier müssen wir dann den. So, hier brauchte ich jetzt, glaube ich, nichts. Okay. Okay. Okay, das können wir... Das können wir zerstören. Den holen wir uns nachher. Also, das machen wir dann im nächsten Part. Schauen wir uns jetzt hier erst mal nur kurz um. Was ist hier? Ach, der öffnet sich da oben. Alles klar. Genau. Genau, und den Stein müssen wir hier reinlegen, weil sich das Ding gleich wieder zurückdreht. Okay. Die Orbs haben wir auch nicht bekommen. Hm. Na gut. Leute. Haben wir noch zwei? Dann spreche ich hier gleich mal abspeichern und sage an der Stelle, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. God of War 3 Remake. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.